WAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ÜHÜHÜHÜHÜH-ÜHÜHÜHÜHÜHÜHÜHÜHÜHHÜHÜHÜHÜHÜHÜH rit Willst du das angucken oder...? Wir können es eigentlich überspringen weil man versteht hier eh kein Wort. So und nach zehn sekunden freudigen Geräte erstmal herzlich willkommen zu SENS Pro 4 den let's play mit dem Johannes und mir, den Kevin und ich muss das Spiel so leise machen damit das nicht den Johannes übertönt deswegen warten wir hier jetzt wenig hören ich werde das nachher in den Einstellungen noch umstellen aber naja, gut hört man das übrigens doppelt bei mir wieder? ja da musst du ein bisschen leiser machen ich weiß nicht warum das so ist ich höre das bei dir sogar besser als bei mir wir wollten drüber springen warum hat das jetzt nicht geklappt? ach das willst du auch überspringen? ich dachte nur das am Anfang nein, nein, alles wobei haben wir jetzt auch die epische Kampfszene da übersprungen? das weiß ich nicht ja gut, macht nix wenn er sehen will, guckt bei Pete Smith was eine Merbung für mich selber aber das Beste am Spiel ist eh das eigene ich gebe kurz eine Option wegen dem Sound ja, ich auch ich mache ein bisschen leiser ich mache ein bisschen lauter so, ich habe mal 50% alles 65% bis auf die Musik, die habe ich auf 30% Anzeige und sonst müssen wir sonst nachher auf den TS-Server gehen und darüber aufnehmen weil da hört man mich ja nicht doppelt ja, mal sehen nach der ersten Mission muss ich eben mal gucken wie das Sound ist so, wir haben übrigens ohne Fenty Fire und auf Normal gestellt Kuckuck ich kann gar nicht schießen ne, ne im Untertitel da stand Arabisch, als die geredet haben ja ich würde den hier vorne messern ahhh mach doch Kuckuck ich ziehe dich über den Tisch, du Sack T-Backing Loll Loll C-O-S-E ich finde bloß irgendwie schade, dass die Grafik so ein bisschen kacke ist in Science 2 Arschloch ich wäre das Feuer oder am Arsch ja, normalerweise war hier ja dieses Quick-Term-Event, gell achso also ich glaube jedenfalls kann auch noch kommen, ich weiß nicht übrigens weiter kann ich das Spiel nicht, ne ah super ich habe nur den Anfang hier gespielt, weil ich gucken wollte wie es läuft hammergeil war auf jeden Fall noch lustig, das sage ich dir wie die immer fliegen, die Idioten ja man, mit F kann man messern eine Antiterror-Organisation hier, sieht aus wie eine Terror-Organisation, die wir sind ja Sex-Slogo auf dem Bauch WTF komm mir vor, wie verkaufst du die Junge Hara war hier ne, Metal of Honor war das, ne ah ja, Metal of Honor Metal of Honor war ziemlich cool, ich frage mich, was wir an alle haben ich finde es kacke also das MOA-Fighter, das davor, das ging, das erste ich finde beide ziemlich cool naja, ich bin eh so ein E-Toad, der sich nicht mit Spielen auskennt oh, auf E auf F ne, jeder hat seinen eigenen Geschmack ich weiß gar nicht, ich glaube Metal of Honor hat sogar eine 80er-Bewettung bei GameStar bekommen echt? ja das alte glaube ich irgendwas bei 85 das alte war ganz cool da wurde ja auch der Multiplayer von DICE entwickelt ah der M der M ne, hoch ich weiß noch nicht, ob ich eine Frau oder einen Mann mache, mal gucken wir verraten wir an der Charaktererstellung einfach dem anderen einfach mal nix und lass uns überraschen was der andere macht also ich mache auf jeden Fall keinen hässlichen Charakter das kann ich irgendwie nicht ich mag das nicht mit hässlichen Charakteren ja man, Slow Motion ja, das hier war das sag doch lieber Call of Duty Leute, die Flaschen gehe ich kaputt, die fliegen einfach nur weg aber schönes Slow Motion war es trotzdem mit den Flaschen Panzerglas und die Flaschen sind tot WTF, ich wurde einfach weg teleportiert ich hab grad einen in die Fresse bekommen ja ja, der auch ja, ein bisschen ne und auf einmal bin ich wieder der andere wurdest wieder teleportiert? ja ok ok ja, du darfst dir jetzt erstmal ordentlich auf die Mütze geben echt? ihr prügelt euch jetzt, ja lol müssen wir beide die Quick Tape Links machen? ne, ne, nur du ich hab den Single Player schon gemacht, ich weiß, dass das ist ja, grad muss ich leertaste drücken naja, hammer aufregend war ja lol, ich hab nix falsch gemacht, sag ich jetzt schon mal ne, ne, das ist so, das ist gescriptet beim Junge wir gehen gleich mal nach der Aufnahme aufs CS, wollte ich vorschlagen ja, ok dann kann ich mal ein bisschen lauter wieder machen ich versteh nicht, was das mit meinem Headset ist na, keine Ahnung haha du bist zu sensibel ja, man Headshot naja, pass mal auf, was jetzt gar nicht kommt, das wird richtig lustig noch hihihi wo muss ich denn hinrennen? ja, stimmt oh mein Gott du bist doch verletzt, ich nicht hey ja, ich hab aber schon nix mehr verletzt du bist dann schon wieder raus ja, ja schon, du musst dich nachher so komisch bewegen, glaub ich bin mir nicht mehr sicher haha, ich wurde schon wieder davon teleportiert jetzt hast du wieder die Quick Tape Events hier machen echt? ja ja, du hast die ja schon gemacht naja, macht ja nix auch wenn ich da rauf ach, ich muss jetzt auch was machen ich musste grad Lehtaste drücken ne, ich muss jetzt W drücken gerade ach so ich muss gar nix drücken jetzt muss ich Lehtaste drücken ich muss auch Lehtaste, äh, ich muss auch W drücken jetzt muss ich E hammer aufregend, das Spiel Tasten drücken auf Befehl ja, ja mit E ist mit den Superkräften, also da dauert auch noch ungefähr ne dreiviertel Spielstunde ah ja, die rushen wir schnell durch, würd ich sagen naja ich werd nicht die Superpowers haben I know what you mean das ist aber nett vor allem wir sabotieren hier grad ne Rakete ne ja ne Atomrakete oh, noch besser das hat mir nicht aufgefallen huiii bist du auch grad drunter gesprungen? ja bom Daumen hoch erstmal, Thumbs up jetzt kommt bestimmt die Charakterstellung, oder? ich bin der Präsident ich bin der Präsident jetzt fassen wir auf was er macht aber ich glaub kennste eh schon ne wieso sie war in der drunter sie war in der drunter da gab's doch im Film, ne? ne? witzig nicht kriegst du erstmal Übersil freigeschaltet ich kenn das schlicht, deswegen mach ich einfach mal da das Glück hab ich Teppich Bewunderung Amerikas freigestaltet Präsident der beiden Staaten freigestaltet Ich bin der Präsident Oh sie sind sich dafür Ja, kenn ich Ich bin hier der Präsident Ich habe Entscheidungen zu fällen Ich muss die übrigens durchlesen So Leute, ich unterbreche mal Du kannst das direkt Ja, kann ich machen Ich mach dich lauter Achso, wir sind übrigens schon unter Aufnahme Ja ja, gerade da erstellen Jetzt muss ich das Spiel wieder da machen Jetzt kommst mir arg laut vor So Gucken Jetzt gibt es eine behinderte Frisuren Die Hautfarben sind auch der Burner Ja, hammergeil Oh my god Fukuida gibt es auch, Junge Ja, hammergeil Ich find Tare ist immer so etwas der schwierigsten Sachen, weil das ändert man ja nicht so oft wie die Kleidung Ja Ich glaub ich nehm ihn hier Also ich erstelle auf jeden Fall einen Mann Okay Ich hab gedacht ne Frau, weil ich mach auch ne Frau und du hast mir irgendwo mal erzählt, dass du die bei solchen Spielen Frauen spielst Ja, ich muss ja was auf den Arsch gucken haben Aber Ja, das ist der mich Nee, ich mach mal hier Irgendwann muss ja der Mann im Haus sein, ja Nur einer muss ja die Hosen anhaben, wa? Ja Ja Ich nehm aber glaub ich jetzt hier, dass sie zur Das ist schon okay so Noch mal hier Stimme ein bisschen ändern Also ich nehm die Stimme von Nolan North auf jeden Fall Also ich nehm die Stimme von Nolan North auf jeden Fall Ich nehm den großen Bart Nee, natürlich nicht Make-up So wenig wie möglich, wa? Persönlichkeitsstimme Ne männliche Stimme am besten für ein Vibe Soll ich auch neun North auf jeden Fall kann ich uns nicht mehr unterscheiden Ich nehm das Die Tonhöhe doch noch gar nicht verändert, das hört sich ja richtig groß an Kompliment, da hatte ich doch ein ganz cooles Das nehm ich, joo Als Sportgeister gibt's ne ganz coole, die Worte garantiert auch vor allem wenn du dir alles anguckst Das ist fast ganz unten Bist du schon fertig? Jo Ja? Wegen wir kommen Ne, ich guck grad noch welche, welche Beleidigung ich nehme Ja man das ist geil So zurück Hast du, hast du Wixen schon gesehen als Beledigung? Ja Habe ich genommen Ich brauch was anderes Ja 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 Vor allem die Stuartessen, die da rumstehen Hä? Die Stuartesse, die da rumstehen Ja Die hatte Kurve Kannst du dich mal ein bisschen lauter machen, du bist sau leise bei mir Ich hab schon bei mir volle Lautstärke dich eingestellt Ich bin auf 100% Warte dann cool nochmal, ob ich noch ein bisschen lauter machen kann Kann ich mich im TS irgendwie noch lauter machen? Ja Dann mach ich das doch gleich mal WTF alter Warte ich guck mal kurz Wo bist du denn? Ähhhhh Ich seh hier nichts mit lauter machen, aber ich hör mich bei dir doppelt Jetzt bist du auch wieder lauter bei mir, warte mal Ja weil ich näher am Mikrofon bin Achso ist okay Ich kanns mir jetzt nicht im Mund stecken Ich kanns mir nicht im Mund stecken das Mikrofon Ja Sobald ich Dingens mache Sobald ich das Spiel wieder größer mache Bist du automatisch leiser Also Saints Row macht automatisch TS leiser Ähh Das kannst du gar nicht hier bei Optionen einstellen Wo denn? Bei TS Optionen oder was? Ne ähm Windows Sounds Ja Mach ich unten auf Weißt du nicht wie ich hier die ein... Für Lautstärkeregelung Für Lautstärkeregelung Für Lautstärkeregelung Kann ich das jetzt einstellen? Ich guck mal ob das in TS irgendwo geht Da Da Bei Kennkommunikationsaktivitäten Lautstärkeregelung Nichts unternehmen Gut Hast du nichts unternehmen vorher schon gehabt oder hast du das jetzt eingestellt? Hab ich jetzt reingemacht Ah ok Jetzt hör ich dich auch wieder nochmal Hörst du dich immer noch einstellen? Ja Ne Doch ein bisschen ganz leise das so Ist nicht so schlimm Ok Ok meinetwegen können wir da hinzocken Ja Dann zeig dich mal her hier Ja Ich hab den Standard genommen Loi Haha Weil ich finde der sieht ganz gut aus Ich hab eingeölte Hautfarbe Warum darfst du entscheiden? Ach ne Also ich bin Äh Und